Hi und herzlich willkommen bei Stoffi Tufja Zuckerfrei. Wir alle lieben doch irgendwie Schokokuchen und deswegen dachte ich mir, dass es an der Zeit ist, auch mal einen veganen Schokokuchen ohne Zucker zu backen. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch natürlich jetzt im Video. Viel Spaß dabei! Ja und die Zubereitung des veganen Schokokuchens ist wirklich super einfach. Ihr gebt einfach 160 Gramm gemahlene Mandeln, 35 Gramm entöltes Kakaopulver, 150 Gramm zu Puder gemahlenes Erythrit, 3 Teelöffel Chiasamen, 2 Gramm Xantan und 3 Gramm Agar-Agar in eine Rührschüssel und vermischt die trockenen Zutaten miteinander. Zum Schluss kommen dann noch 40 Gramm geschmolzenes Kokosöl sowie 250 Milliliter lauwarmes Wasser hinzu. Ja und dann kann auch schon alles zu einem Teig gerührt werden. Als nächstes nehmt ihr euch dann eine Springform mit einem Durchmesser von ca. 20 Zentimetern, fettet vor allem den Randgut ein und füllt den Teig anschließend hinein. Ja und dann kann es auch schon ans Backen des Schokokuchens gehen und zwar im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 80 bis 90 Minuten. Nach der Backzeit stellt ihr den Ofen dann einfach aus und lasst den Kuchen dann für ca. 30 weitere Minuten darin ruhen, ohne die Ofentür zu öffnen. Nach der Back- und Ruhezeit dürft ihr den Kuchen dann direkt aus der Form lösen und wer nicht widerstehen kann, der probiert am besten gleich ein Stück von dem noch warmen Schokokuchen. Ja dieser Schokokuchen ist wirklich so lecker geworden. Ich finde wenn man ihn probiert, dann merkt man eigentlich gar nicht, dass da drin wirklich kein Ei und keine weiteren tierischen Produkte enthalten sind. Also meine Empfehlung ist wirklich, dass ihr diesen Kuchen auch unbedingt mal ausprobieren müsst. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben von euch. Und wenn ihr euch noch weitere vegane Rezepte wünscht, dann schreibt mir doch gerne eure Ideen unten in die Infobox. Das Rezept für den Schokokuchen könnt ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.staubitopia-zuckerfrei.de nachlesen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaut. Bis dahin. Macht's gut! Es gibt doch wirklich nichts Besseres als Schokokuchen. Mmm. Pfff. Mhhhhh. Mhhhhh~!